Was geht ab hier ein schnittchen? Willkommen zurück zu einer Folge von The Worms Clan Wars und Peda... Oh Peda, das könnte ne schnelle Runde werden. Peda steht nicht so gut. Not again! Ram, du hast letzte Folge versprochen, du gehst nicht auf mich diese Folge. Ne, das stimmt nicht. Doch, das hab ich aber so im Kopf. Das hat für diese Folge, hab ich nicht gesagt, sondern für letzte. Oh, du machst das mit dem Luftballon? Ja, okay. Guck mal Peda, du kriegst zumindest noch ne Chance. Ja, guck mal, ist doch fair, oder? Ich seh das jetzt hier als Wortbruch. Oh nein, ich bin auch mit weg. Okay. Oh, da bist du weg! Oh nein, bin ich nicht! Ja, Moin! Den Rest der Folge geh ich nicht auf dich. Fuck you! Jetzt gewinnst du einfach so wie Jane. Im ersten Zug dieser Folge, drei Würmer verloren. Ich hab nie verstanden, warum in diesem Spiel drei Würmer direkt neinander stehen können von einer Fraktion. Ja, an einer Klippe. Ja, das ist doch hier alles Schuh schon wieder. Guck mal, da links ist ein Rotschuh. Ja, da stehen wir in einem Feuerfass. Können wir da eliminieren, bevor er dran ist. Tag, Junge! Was wir jetzt nur mal gesagt haben. Oh oh. Oh, das wird hart. Oh, das ist viel zu hart. Warum schmeißt du die Dinger denn so krass? Weil du die so krass eingestellt hast. Ja, aber ne Granate wäre ja nicht so weit geflogen. Die ist auch schwerer. Ja, ich bin dran! Ja, Peter. Oh, Peter verküsst du mich als erster. Okay. Die ist weit weg, die Dinger. Da kann dir keiner auch die Insel streitig machen. Ja, Peter, mein Bot steht ja. Sofern wir die letzten beiden sein sollte, werde ich zumindest... Ach so, guck mal, das ist dann jetzt schon wieder für eine Einschränkung. Ja, wenn ich nur noch mit dir bin, muss ich natürlich auf dich gehen. Ja, auf einmal jetzt hier. Ja, ich glaube, ich gehe halt einfach direkt auf dich. Ja, meinst du das so oder so? Boah, ein Bruch, dann kannst du das aber direkt machen. Genau, dann ist das ja lastig. Stimmt. Aber das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Guck dir an, wie Sepp wieder den Ozean hält. Ja, einfach mal ein bisschen Reiphol an. Der ist nicht cool, der Junge. Au. Steigen da Meeresspiegel und so? Einfach mehr Wasser verbrauchen, damit er in den Meeresspiegel nicht so stark steigt. Boah! Wie du mir sucht, ja. Sie fallen wie die Fliegen. Kannst du mal mit auf Peter gehen? Warum? Nee, kann ich ja nicht. Also kann ich schon, aber möchte ich ja nicht. Ja, nicht mal ansatzweise. Das wäre ja nice. Ach du Dickwanz, ey. Ich muss noch eine Sache einschränken. Wenn Armageddon kommen sollte, wenn ich das nicht nutzen, wenn ich das treffen sollte, ist das Pech. Ja, okay. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Oh, in your face. Oh, komm. Das ist okay. Ja, in your face. In your face. Ja. Das war ja... Das war ja... Jetzt war aber Karma. Das ist besser an der Stelle. Peter auf seinem eigenen Raum. Peter hat Schild da oben. Ja. Da kann ein paar Eier einfach runterschmeißen. Da kommen jetzt immer so Sachen runtergefallen. Ich hab das Gefühl, das kommt immer hier irgendwie bei mir in die Ruhe. Ich wollte eigentlich das Loch tiefer buddeln. Ja, hätte ich wirklich. Wie, 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 wie! Wie, wie, wie! Wo komm ich denn da raus? Mein Jetpack. Teleport 06 corrections. War das grade Fünfte Element? Moment? Das hat mich gerade an Chris Tucker im fünften Element erinnert, Bram, wie du geredet hast. Wie ist denn da Chris Tucker? Ist das nicht Chris Tucker? Nee, wer ist denn das? Der Moderator, der die ganze Zeit so mega aufgedreht ist. Ach so, doch, 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 stimmt. Ich habe ihn ja völlig vergessen. Ja, genau, deswegen, das hat Bram ja auch gerade gemacht. Stimmt. Was soll denn das jetzt, Sebastian Linson? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen, das ist voll die Mühe einfach. Natürlich können wir da rum. Ey, Alter, ihr bekriegt euch da einfach so hartgekriegt. Tötet der mich auch noch, deine Moli ey. Da nicht ganz. Ey, wie viel Schaden macht der die Bazooka? 45. Mann, ihr macht 45. Mann, ihr macht 45. Mann, ihr habt echt wenig. Ach so, wow, ich habe jetzt eine sechste Clustergranate bekommen. Das ist schön. Ja, das ist ein Glückwunsch. Nutz sie. Nutz das nicht. Misch dich. Misch dich nicht in den Krieg ein. Ach, so ein bisschen. Alter, du hast dir einfach den Arsch unter dem Boden weggeschossen. Äh, Boden unter dem Arsch weggeschossen, so. Hallo, Freunde. Wie ist denn das so da oben, Peter? Einfach nur mal werfen, Peter. Ach man. Mann, bin ich jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt nicht so gut. Aha. Oh, der Kacke. Die haben ja nicht mal Gift gekriegt. Oh, wo kriegst du ihn? Dann nehm ich ihn mal kurz. Warte, bitte. Schau an. Kalt. Das ist jetzt schlecht. Oh, Baseballschläger. Ich muss sagen, hier sterben echt viele Würmer. Relativ zügig. Ja, dann müssen wir einfach mal die Keule rausholen. Okay, komm ich zu Peter. Teleport. Oh, anders sehe ich das auch nicht. Oh, du warst dran. Hoppala. Was war ich denn jetzt mit dem? Und jetzt so, Peter. Ja, das bringt ja auch nichts. Dann schießt Peter mich da runter und dann wartet. Ne, nicht wenn wir zu zweit auf ihn gehen. Dann kriegen wir den. Ach komm. Ich bin auch eh so ein armes Würstchen. Fällt nicht gut, dass du dich da mal runterredest, ja? Dann ist das viel weniger Spaß dir auf die Molls zu geben. Hey, Freunde! Ne, Peter, hör mal auf damit. Einfach durchgehende Artilleriebeschuss. Ach man, ey! Das reicht jetzt aber auch. Du musst ja auch ein bisschen zielen zumindest, ja? Jetzt ist doch der Punkt angekommen, wo reicht. Alter, da sind ganz schön viele. Das ist makellig, ey. Wie machen wir das denn? Ach, ich weiß, was ich mache. Ich schmeiß da Wasser oben auf die Insel. Okay. Wasser? Äh, äh. Aber so artillermäßig? Ach, ist doch schwierig, ne? Da. Oh, der könnte schön sein. Es riecht... Oh, schade. Oh! Das finde ich nicht geil. Hahaha! Das war... Alter. Das war jetzt nicht so nett. Interessant. Na, tut mir leid. Aua. Sepp, was habe ich dir eigentlich getan? Äh, nix. Okay. So. Was ist das denn jetzt? Obula. Das war nix, oder? Ja, das war nix. Das habe ich falsch benutzt. Was? Was war das? Das war der Gleichmacher. Ach, du musst doch nicht mit langen gucken. Entweder das oder ihr müsst in einem Team sein. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das nicht gut funktioniert. Das ist richtig. Gut, Christian. Der Wind steht richtig gut. Er steht jetzt safe vor Peter. Und schießt sich... Er schießt jetzt einmal irgendwo hin. No. Stoletten! Na gut, die kann ich verstehen. Du hast mir schon echt viel Schaden gemacht, wa? Ja, gut. Kann ich auch verstehen. Weiß ich gerade nicht ruhig. Wir müssen empört sein. Hauptsache gegen die Insel. Hey! Das gefällt mir besser. Was? Ach komm, ey! Guck mal, Kill Junge! Das ist doch gar kein Sparsch hier. Siehst du den Wurm, killst du den Wurm. Das hatte ich vor, tatsächlich. Warte, mach ich jetzt? Nein, Peter. Hör auf. Ja gut, aber... Okay, warte. Jetzt ist es okay. Es ist ja schon in Ordnung. Du hast ja den Winkel jetzt schon geändert. Das ist zu wenig. Aber den 104er, den hätte ich nicht richtig getroffen. Und Peter da oben kann ich gar nicht treffen. Na. Na, hätte so oder so nix getroffen. Ja, aber du hättest halt die Tonne getroffen, Christian. Dann wäre die Mine einen nach vorne gerutscht. Und die hätte dann wieder getroffen. Ja, das ist mir zu viel... Das hätte, könnte, wäre. Wow, Wurm Auswahl. Das hätte, könnte, wäre ergibt sich bei mir schon aus dem Zug selbst. Richtig Auswahl hier. Mach das nicht. Du triffst die, du triffst die Kiste. Ich glaube, der hat ziemlich gut ins Gesicht geschossen. Hol doch mal einer dir einen Kackwurm von der Insel. Hast du auch nur noch einen Wurm, Sepp? Ja. Du hast echt so einen Mitleidsbonus hier, ey. Ja, das ist kein Wurm, ja. Wenn der mir die ganze Zeit auf die Zwiebel geht, Alter. Aber das wolltest du doch. Geil, Alter. Ich bin nicht als erster tot in dieser Runde. Es muss doch genug umweinen, Peter. Kann der Vorteil sein, wenn du als erster richtig auf die Schnauze kriegst. Danach fühlt sich jeder schlecht. Achso, mach das erst. Ne, für mich war doch okay. Ich hab ja schon, ich hab ja, ich hab ja drei Viertel des Teams gekillt. Und jetzt könnt ihr ja machen. Ach, weißt du, mein Scheiß drauf. Wie geht's denn? Das war sogar gar nicht so verkehrt. Ich hab important people to see. Ich hab important people to see. Das heißt denn nicht so verkehrt. Das heißt, das war ganz okay, was da drüber ist. Oh. Alter, der war ja schön, Alter. Nein, die falsche Richtung. Na doch, guck mal. Wär die links von ihm liegen geblieben, wär er nach rechts geflogen und wär viel besser gewesen. Also du kannst den direkt nochmal nachlegen. Willst du mir erzählen? Ich kann da jetzt einen Doppelkill machen. Weiß ich gar nicht noch. Machst du jetzt die Holy runter? Der hat schon die Holy runter. Oh, echt? Ne, ich hab die Holy noch nicht. Aber weißt du, was ich hab? Oh, ein scharfes Aufgetan. Kommt das da drüber? Ja, das gucken wir jetzt mal. Jo, oh Gott. Das ist tot. Das ist tot. Ja, das passiert, wenn ihr den Schlumpf da oben leben lasst. Okay, so langsam gehe ich auf den Schlumpf da oben. Der hat jetzt genug Scheiße darunter fallen. Das war ein Kamelle, Kamelle. Ja, Kamelle gewandert. Kamelle. Ja, boah. Der war ganz schön schlecht. Ja, der war nicht so gut. Was hat der denn da von Bait? Ja, aber wirklich. DEBATE! So ne Möhre einfach da gekauft. Da ist was geiles drin, Christian. Du brauchst das. Ja, weil da komm ich gar nicht dran. Ja, das ist schwierig. Das stimmt. Doch, mit dem Seil. Kannst halt nicht nur den Magneten anlullern. Ja, verdammt. Du musst quasi beim Schwingen dann das Seil hochziehen und so Schwung aufbauen. Ich glaube, du musst das Seil dann auch loslassen. Ne. Der schwingt sich mit dem Seileimer da drum, aber das ging nicht. Wir haben einen weiten Weg. Das ist eine lange Wurmreise. Komm! Okay. Bleibt das Dynamit jetzt da liegen, wenn ich das hier runterwerfe? Ne, das prallt ab. Das prallt ab. Das prallt ab. Oh Gott! Das war ein Fehler. Genauso wie du, Peter. Das war ein Fehler. Du kannst das einfach wieder zurücklegen. Komm schnell Dynamit runter! Oh, jetzt komm rüber gehen. Ach, verdammte Scheiße! Was? Das hat nicht so gut funktioniert. Da komm ich nicht so drüber, wa? Da komm ich nicht so drüber, wa? Ja, ich werde dann sogar was anderes machen. Was ist also Gummelkisten? Achso, und ich auch mal, ne? Kuschel. Oh, das verständlich, schlägst du mich nach vorne, du scheiße. Oh, dreimal war schon Auer. Ja. Aber du stehst auf so einem Fass, ne? Ich stehe jetzt leider auf einem Fass. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber so langsam kommt das Water auch. Ja, und Peter chillt sich rum. Tja, eigentlich... Na ja, Peter gewinnt. War das bei Jay letztens auch, Peter? Wer so lange rum geweint hat, dann hat keiner mehr ihn, äh... Er kann halt auch ein Vorteil sein, nur einen Wurm zu haben, weil sonst wär der ja viel früher auf die Insel gekommen, aber ich bin ja immer vor euch dran gewesen dann, weil ich nur einen Wurm hatte, logischerweise. Ja. Ja, hm, das ist das Problem. Schmeiß da einfach mal drüber und dann machst du hier weg. Ach komm, ey, genau auf die Kante, ey. Ach du Scheiße. So ein Mist. Oh, jetzt. Oh, das war ganz schön knapp noch. Das waren meine zwei Würmchen. Ich glaube, Christian, das ist damit zu schön dran. Ja, ich wüsste nicht, wie ich die da wegbewegen soll. Ja, wahrscheinlich sind die jetzt ab, dass du wieder dran bist. Was lässt du? Ich glaube, dafür sind die nochmal dran. Aber... Was ist denn noch ein Dynamit-Hass? Der könnte da oben auch gut sammeln. Oh! Oh! Oh, vielleicht ist der 76er noch dran. Der 76er ist jetzt dran. Ja, der ist jetzt dran. Ah, der ist er nicht. Nee. Wenn Bram ihn lässt, ist er noch dran. Aber Bram, du musst auf... Peter! Kann ich noch nicht. Ich muss aber hoffen, dass das reicht. Wie, das reicht. Das reicht. Ich muss da rüber. Aber... Geht tot. Scheiße. Okay. Jetzt ist es, Peter. Danke, wofür? Haben wir schon gewonnen? Ja, Christian, kommt da nicht weg. Kann ja noch alles passieren. Ich glaube, Christian kommt nicht weg. Hast du keinen Teleporter mehr? Äh, nee. Ach, krass. Der ist nur noch die Pistole. Ja. Nice, Peter. Jetzt ist es, Peter. Ja, okay. Der ist schon lange gekommen, der Peter, ey. Holy shit. Das kann ich überweisen mir dann aber bitte morgen direkt. Ja, danke. Ja, okay. Interessante Runde gewesen, muss ich sagen. Na gut. Der Turm gewinnt. Das ist echt so. Ja, bedankt für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.